Hallo Erkan Meric und Hazal Subasi Liebhaber. Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir neue Bilder von Erkan Meric und Hazal Subasi für Sie teilen. Wir sind hier mit einer aktuellen Nachricht. Eine neue Nachricht ist von Hazal Subasi eingetroffen. Neulich lief in der Sendung die Leseprobe der mit Pastellfilmen signierten Wishstone Serie von Kanal D und Salih Bademji, Hazal Subasi und ein gutaussehender Schauspieler in den Hauptrollen die Serie, die sich mit ihrer beeindruckenden Geschichte und der starken Besetzung auf die Leinwand vorbereitet, wird Osans Vollmond sein. Die Serie ähnelt dem Thema einer Geschichte aus den 1980er Jahren. Wir werden Ihnen neue Bilder von den Schauspielern von The Wishing präsentieren Stone Serie aus der großartigen Serie, die wir Ihnen präsentieren werden. Sobald neue Nachrichten kommen, Sie können uns zusehen und uns unterstützen. Tschüss, bleiben Sie gesund, glücklich und friedlich. Tschüss, kommen Sie überrasen. Los geht's Ihnen wieder. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.